Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Power Rush Simulator, wo wir immer noch bei den Schiffen mit dabei sind. Aber gut, wir haben jetzt ja fast 50% erreicht. 50% ist schon eine Menge, würde man meinen. Das Schiff gibt wahrscheinlich noch und jetzt machen wir das denn hier mal sauber. Alles gegeben hier. So, rein gar nichts mehr sauber, rein nichts mehr. Ach, da ist noch dreckig. Da ist noch ein bisschen dreck. Oh, da ist noch ein bisschen viel mehr dreck. Da ist auch noch ganz viel dreck. Das Ding ist auch völlig verdreckt. Warum ist denn auch der Farbenmast, also der Mast so dreckig? Warum ist die Banane krumm? Ja, weil sie wahrscheinlich gerade gewachsen ist und weil wir nur krumme Bananen hier kriegen. Weil gerade Bananen werden aussortiert. Deswegen sind die Bananen krumm. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe keine Gesprächsthemen mehr, außer irgendwelche psychischen und seelischen Krankheiten, was eigentlich dasselbe ist. Und dann möchte ich euch nicht schon wieder nerven, dass ich euch wieder als Psychiater missbrauche. Na gut, als Psychiater eher als Effekt davon, dass ich mich ausregen kann. Vielleicht mir auch jemand zurückschreibt. Obwohl, letztes Jahr ging das ehrlich gesagt ziemlich mit den Kommentaren. Sonst... Wir hatten schon mal weniger. Vor allem wir, also ich. Ich hatte schon mal weniger. So, und das, und das, und das, und das hier. Und das, und das, und das. Ich wollte eigentlich die Gründe da vorne sauber machen. Und was machen wir? Wir machen alles andere. Aber die Oberseite ist schon fast fertig. Macht die Unterseite jetzt 40% aus oder wie oder was? Das wäre krass. Wenn das so dann kommt. Wir müssen ja sowieso gleich noch mal kurz nachschauen. Der ist sauber. Der ist sauber. Der ist sauber. Der ist sauber. Jetzt mal kurz hier noch den Kasten. Dann können wir zusehen, dass wir die ganzen Masten machen. Wir haben ja froh, dass ich das Ding hier nicht von innen reinigen muss. Das wäre, denke ich, Katastrophe. So. Der muss noch einmal von außen. Oha. Okay. Der muss oben drauf noch ein bisschen gereinigt werden. So. So. Da auch noch. Da fahren wir das unten noch ein bisschen schmuddelig. Wie? So kommen wir jetzt auf dem Farmbass rauf. Okay. Dann kommen wir den hier einmal kurz. Damit ja sowieso schon die ganzen Möppen sind. Dann kommen wir den hier auch mal kurz. Dann kommen wir den hier auch mal kurz. mit sauber machen. Nur so ein kleines bisschen. Man kann das jetzt hier einfach kling machen. Einfach so. In dem Spiel, ich möchte dir mal was Gutes tun. Man kriegt nichts geschenkt. Ja, wie ist es? Den ist auch immer von unten so dreckig. Am meisten dreckig sieht man gar nicht. Okay. Den habe ich jetzt so noch gesehen. Okay. Die Winde. Winde, Winde, Winde. Die haben wir auch fertig. Hier auch noch ein bisschen so mit sauber machen. Die Seiten hier auch noch ein bisschen mit sauber machen. Haben wir hier nicht irgendwo einen Leiter, wo wir die vielleicht ran stellen können? Wo haben wir denn hier noch Dreck? Hier ist der Fußball noch dreckig. Das ist in Ordnung. Noch viele Stellen. Da war noch ein bisschen Dreck. Da war noch ein bisschen Dreck. Ah. Ah, okay. Da ist auch noch ein bisschen Dreck. Oh komm, bitte sauber. Oh, Treppe ist fertig. Super. Da war noch ein bisschen Dreck. Ah. Ah. Guck mal. 59 Prozent. Das ist doch mal was. Oh. Stimmt. Da war ich ja noch nicht fertig. Da war ja was. Weißt du, in der Tiefsee ist die Geschwindigkeit eines Gravitatonswelle direkt proportional zu Quadratwurzel ihres Rellenlängel. Okay. Nicht-lineale Effekte könnten jedoch auch dazu führen, dass die Energie kleinerer Wellen abprallen und sich zu einer riesigen Welle verdichten. Ich weiß nicht. Das Ganze ist mir zu hoch. Oh. Und warum erzählst du mir das denn? Weil die das so hoch ist? Oha. Okay. Okay. Genau. Der Bund ein bisschen. Ah. Da habe ich den Rhythmus gesehen. Oh. Ich sehe schon. So. 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 Der ist auf jeden Fall fertig. Wir haben ihn fertig. Wir haben ihn fertig. Und jetzt hier nochmal, einen schönen Dank. Ankerkette, also die Ankerkette ist wahrscheinlich der Bug. Ja, das sieht man jetzt wieder richtig toll, und zwar gar nicht, doch jetzt, ok, die Ankerkette brauchen wir noch, doll, irgendwas mit doll, ganz doll, ja doll runtergefallen, hier muss man mich ein bisschen öfters übergehen, hier haben wir auch noch den Anker und die Ankerkette, auch immer reinigen müssen. Dann müssen wir uns, da kommen wir auch gleich die Ankerkette machen, ne? So, und die Ankerkette. Wenn schon, denn schon. Penübel und Penübel. Ja, wir müssen sowieso den nochmal von oben sauber machen. Kilometer 972, ok. Ah, sehr schön, 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 schön. Okay, das ist, das ist, das sehe ich gar nicht alles zusammen. Ah, ok, gut. Nein, ich möchte gerne, da rauf. So, mal schicchi schicchi machen hier. So, da ist noch Dreck. Jetzt ist ein Brückenfenster. Ah. Nein, nein, nein. Da sind immer noch ein bisschen fertig. Na, ich meine so, aus dem Ganzen sind ein so. Also, jetzt sind wir ja 10. So, denn, damit wird wie die Pogesby puesto werden. Das waren auch 2 kommenden Sachen, das war ganz 20 alle. 60 Prozent, das ist schon nicht schlecht. Zupi. Oh, die Tür ist auch noch nicht sauber. Oh, das ist auch noch nicht ganz sauber. Diese sind ja auch noch nicht sauber. Ah, jetzt ist es okay. Brückenkabine. Brückenkabine. Ist aber das dann nicht gut. Ach, gut. So, gucken wir mal, dass wir das hier noch kurz sauber kriegen da oben. Warte, Scheinwerflocken. Haben wir hier irgendwo eine Leiter? Haben wir da angefangen? Können wir da an die Stadt rein? Ah. Oh, da sitzen aber viele Katzen. Ja, Heri ist es. Und die Vorsicht und Keks. Würde ich auch tun an ihrer Stelle. Die warten auf irgendwas. Was? Irgendetwas Bestimmtes. Oh, sieht man doch gar nicht fertig. Okay. Hier müssen wir uns gleich noch mal kurz kümmern. Oh, da müssen wir uns auch erstmal kümmern. So. Nein. Hab ich das nicht geschafft. Ich hab die Scheinwürfe hier noch. Leider keine Leiter. Okay, der Scheinwürfe ist fertig. Okay, ich sehe. Kein Dreck mehr. Oder ist das Ding jetzt schon fertig? Hier noch? Hier ist noch Dreck irgendwo. Da noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Ja, irgendwo ist hier noch so ein Pfätzchen Dreck. Ah, okay. Der ist auch mal sauber. So, jetzt müssen wir uns noch mit den Masten kümmern. War das jetzt gerade der Scheinwürfe oder? Das war der Scheinwürfe. Wie sieht das mit den Scheinwürfen aus? Okay, dann müssen wir hier nochmal gucken. Der Mast. Ja. Ruch da. Ruch da, du Schweinebacke. Los. Flaschenzug. Flaschenzug. Okay, das Ding ist jetzt sauber. Das ist irgendwie alles nicht so recht. Äh. Da kommt auch echt schlicht dran. Okay. Okay. Das ist auch sauber. Ach, warte. Ich kann hier da hoch. Das habe ich noch gar nicht gesehen. hin. Ich kann hier da hoch und gucken. Die Glücke machen. Super. Hupi. 65%. Ich habe keine Ahnung. Ach, der muss. Hey. Die Windseite ist immer noch nicht. War nur die sauber? Wo denn? Wo ist denn der Dreck? Hä? Was ist denn der Dreck? Hä? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hier irgendwo ein kleines Mü. Irgendwas war da gerade wieder. Der Mast ist es nicht. Achso. Das da oben. Der Mast ist sauber. Ich bin auf jeden Fall. Danke. Wir müssen jetzt eigentlich hier oben drauf. 4 Design. Na ja. Das hier. Das ist auch noch nicht sauber. Das Ding. Das Ding ist nicht sauber. Die große sind dreckig. Danke. Das Ding ist sauber. Das Ding ist auch sauber. Das ist auch noch nicht sauber. Okay. Mal nochmal von der Seite. Wo ist das denn noch dreckig? Mann, nun sprühe doch einfach. Ja. Wir müssen rein kurz gucken. Okay. Naja. Das war jetzt wieder was anderes. Naja, jetzt müssen wir das gleich so sauber machen. So lieben. Das wäre dann diese Folge. Wir sehen uns dann in den nächsten. Tschüss.